Lieber Richard, es ist nicht meine Art lange Worte zu machen, aber heute an diesem besonderen wunderbaren Tag habe ich mir lange überlegt, was ich dir zu deinem 60. Geburtstag schenken könnte. Natürlich liegt auf der Hand, dass ich dir ein Lied singe. Nein, natürlich nicht. Werde ich nicht tun, keine Angst. Oder eine Geschichte vorlesen. Nein, auch nicht. Lieber Richard, ich habe mich zu einer einmaligen Kunstaktion entschlossen. Ich werde 100 Jahre schweigen. Da ich, wie du im Hintergrund siehst, derzeit mit Höchstgeschwindigkeit durch die Galaxien brettere, habe ich ein kleines Problem, weil die 100 Jahre schweigen werden bei euch nicht mal drei Minuten lang sein, aber damit wirst du zurechtkommen. So, ich fange jetzt an zu schweigen. Ich fange jetzt an zu schweigen. Ohm. Ich fange jetzt an zu schweigen. Ich fange jetzt an zu schweigen. Läuft die Kamera? Entschuldigung. Ich fände es ganz schön lang jetzt. Na ja, gut. Richard, du weißt, ich könnte das jetzt endlos durchhalten. Du hast aber auch eine Ahnung, was eine Minute Studiozeit kostet. Geh davon aus, in einem anderen Universum, in einer anderen Galaxie, in einer anderen Zeitdimension war das jetzt ganz, ganz lange geschwiegen. Mehr ist nicht drin. Vielleicht sollte ich doch ein Lied singen. Na gut. Also, ich wünsche dir eine schöne Geburtstagsfeier und immer, wenn du mal einen kleinen meditativen Moment brauchst, wenn du dich mal besinnen willst, wenn du zur Ruhe kommen willst, dann leg diese DVD ein mit 100 Jahre schweigen mit Eugen. Tschüss. WL production. WL CHANNEL